Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und danke, dass ihr euch das Video anschaut. Mir wachsen hilft, gestern habe ich versucht, die Betonung liegt auf versucht, ein Reaktionsvideo zu machen, aber es war wirklich schwierig, hat sie ganz schwierig gestaltet, weil irgendwie hat das mit der Zeit nicht richtig hingehauen. Also ich muss da noch so ein bisschen üben, habe ich mal das Gefühl. Ich werde vielleicht erst mal andere Videos nochmal machen oder ich probiere es heute noch einmal. Und dann habe ich ja die Spätschicht im Krankenhaus und muss noch viele private Dinge erledigen, mal die Literaturagenten anschreiben und ja, so viele Dinge zu machen und die Tage sind viel zu kurz, ganz ehrlich jetzt. Kann jemand verlängern oder so? Wäre schön. Ja, ich wünsche euch einen herrlichen Tag, alles Gute von Herzen, ganz viel Liebe und kommt wieder, abonniert meinen Kanal.